Guten Tag, mein Name ist Jörg Schilling. Ich wollte heute mal ein bisschen was dazu erzählen, wie eins der erfolgreichsten Betriebssysteme entstanden ist und dabei allerdings auch im Wesentlichen als Kern BSD, UNIX und Solaris als Hauptentwicklungslinie nehmen, weil das der Teil von UNIX ist, wo eigentlich am meisten passiert ist. Wie kam es zu UNIX? UNIX ist ja eigentlich eine Persiflage auf ein anderes Betriebssystem und zwar hieß dieses Betriebssystem Multics, das mit Forschungsmitteln ab 1964 entwickelt werden sollte. Da hat es MIT mitgemacht, General Electric. General Electric hat übrigens auch die Rechner geliefert, AT&T hat auch mitgemacht und die Abkürzung heißt Multiplex Information and Computing Services. Das Interessante ist, das habe ich mir jetzt auch erstmal nochmal zusammengesucht, was Multics eigentlich damals können sollte, wie gesagt im Jahr 1964, das finde ich schon sehr interessant, es sollte generell alles mit mMap machen, vor allen Dingen auch das Lesen von Dateien, es gab Shared Libraries, es sollte Multiprocessor Support geben, was damals noch völlig undenkbar war sonst und IBM war auch damit beteiligt, dass sie die Programmiersprache PL1 dafür spendiert haben. Ab 1969 soll angeblich das erste System am MIT verfügbar gewesen sein, auf so einem General Electric Computer. Allerdings muss das sehr wenig von den eigentlichen geplanten Features gehabt haben, weshalb AT&T damals aus der Entwicklung ausgestiegen ist. Interessant, die Vorteile von den Multics sind, wie gesagt, dass halt sehr viel mit mMap gemacht werden sollte. Interessant auch für heutige Verhältnisse, beliebiges Ein- und Auskonfigurieren von Speicher, Platten und CPUs bei laufendem Betrieb. Shared Libraries und dass Anwendungsprogramme Local Procedure Calls in Daemon-Programme machen konnten, das ist ein Konzept, was dann Anfang der 90er Jahre in einem Forschungsbetriebssystem von Bill Joy, was Spring hieß, entwickelt worden ist und dann ab 1995 in Solaris reingewandert ist. Der Nachteil allerdings war, dadurch, dass das halt mit den damaligen Ressourcen der verfügbaren Computer funktionieren musste, konnte man maximal 256 Kiloworte mappen, ein Wort hat 36 Bit gehabt, das ist ungefähr 1 Megabyte, also größere Dateien waren mit Multics nicht möglich. Das ist natürlich ein bisschen wenig, allerdings, wenn man sich hier draußen mal anguckt, da steht ja eine PDP-7, die noch, oder was ist eine PDP-8, die läuft und da ist eine Festplatte drin mit 2,5 Megabyte Gesamtkapazität und das Ding ist halt aus den 70er Jahren, also noch ein bisschen neuer. Es könnte also durchaus sein, dass diese 1 Megabyte maximale Dateigröße nicht unbedingt eine echte Begrenzung für die damalige Zeit waren. Ja, interessant ist, wenn man das Ganze mal mit dem vergleicht, was moderne Unix-Systeme 20 Jahre später können. Da sehen wir, dass 1988 SunOS 4.0 M-Map für alles eingeführt hat, das ist ja mehr als 20 Jahre später nach dem Plan, allerdings interessanterweise in Unix und das, obwohl die Idee war, wir machen mal Unix statt Multix, weil Multix kann so viel, wir specken es ab. 1998 hat SunOS auch Dynamisches Linken eingeführt, 1992, hatte ich ja gerade erzählt, gab es halt dieses Spring-Betriebssystem, was in C++ geschrieben war, das war ein Forschungsprojekt von Bill Joy, was sich allerdings als unbrauchbar erwies, das ist dann eingestampft worden, so um 1997 rum, und das Einzige, was davon überlebt hat, war diese DAWs-Idee. Das ist ein lokaler Procedure-Call. Auf diese Art und Weise werden zum Beispiel bei Solaris jetzt ein schneller Zugriff auf die Names-Systeme implementiert. Da gibt es halt einen Names-Service-Cache-Dämon, der so ein DAW-Objekt zur Verfügung stellt und darüber können dann die Anwenderprogramme, die zum Beispiel Postnamen oder Passwort-Files oder sowas in gecacheder Weise lesen wollen, einen Procedure-Call direkt in den Code von dem Dämon reinmachen, ohne dass da ein Kontextswitch stattfinden muss. Ja, auch interessant, ab etwa 1997 gab es ja SunOS auf der sogenannten Kray-SMP. Ich weiß nicht, wer sowas vielleicht mal gesehen hat. Das war so eine Telefonzellen-große Maschine, die oben so ein rotes Dach hatte und darum wurde die also auch gelegentlich als Rotkäppchen bezeichnet. Das war so eine Maschine, da waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 64 Spike-CPUs drin. Und das Ganze lief mit Solaris als 64-Bit-Betriebssystem und das war das erste Unix, wo man bei laufendem Betrieb CPUs rein und raus konfigurieren konnte. Das heißt, wo man das konnte, was eigentlich auch für Multix mal geplant war. Ja, wie ist das bei den Bale-Labs dann gelaufen? Bale ist offiziell ausgestiegen und dann haben ein paar Leute, die Namen durften ja bekannt sein, Dennis Ritchie, Ken Thompson und ein paar andere noch, sich überlegt, dass sie etwas Einfacheres machen wollen. Da haben sie sich rumgeguckt und haben eine PDP-7 rumstehend gefunden im Institut, bei den Bale-Labs, die zu dem Zeitpunkt nicht benutzt worden ist. Und die konnten sie sich dann irgendwie aneignen, zumindest leihweise, dass so eine PDP-7 hat eine Wortbreite von 18-Bit. Deckrechner hatten damals generell typischerweise 18-Bit-Wortbreite. Die PDP-11 mit ihren 16-Bit-Wortbreiten ist eher eine Ausnahme bei Deck gewesen. Das heißt also, mit der Standardspeichermenge von 4 Kiloworten kommen dann halt nicht 8K, sondern halt 9 Kilobyte Hauptspeicher raus. Maximaler Speicher sind 64 Kiloworte, also 144 Kilobyte. Ist nicht gerade viel, das erklärt übrigens auch, warum Unix-Programme, so wie sie in der früheren Zeit existiert haben, sehr, sehr wenig hilfreiche Fehlermeldungen geben und auch im Prinzip keinerlei Fehlersituationen versuchen zu überprüfen. Die Idee war, wenn man mit dem wenigen Speicher, den das System zur Verfügung stellt, was man damals halt bekommen konnte in einem Kleinrechner, wenn man da die gewünschte Eigenschaft in das Programm reinbaut, verbraucht man schon den gesamten Hauptspeicher der Maschine. Da kann man sich jetzt nicht auch noch Platz im Hauptspeicher dafür gönnen, um eine Fehlerbehandlung reinzumachen. Das heißt, Unix-Programme haben wegen dieser Ressourcenbegrenzung aus der damaligen Zeit, wenn man sinnvolle Eingangsdaten ihnen gegeben hat, etwas Sinnvolles getan und sie haben etwas Unsinniges gemacht, wenn man halt unsinnige Eingangsdaten reingegeben hat, was also oft auch als Garbage-in-Garbage-out-Technologie bezeichnet worden ist. Ja, was hat man dann da gemacht? Die Idee war von ein paar Leuten, ein Spiel namens Space Treble zu implementieren und da brauchte man jeweils Realzeiteigenschaften, die mit den damaligen Betriebssystemen nicht zu erreichen waren. Und dann kamen sie auf die Idee, dass sie das als Testobjekt für ihr neues Betriebssystem, was sie halt als Verballhornung Unix nannten. Und wenn man jetzt hier mal genau hinguckt, ich habe es hier extra nochmal geschrieben, es wurde in der Anfangsphase tatsächlich mit C geschrieben, weil Multics ja auch mit C geschrieben worden ist. Der Name Unix, der ist erst sehr viel später gekommen, ab so etwa 1974. 1974 gab es nämlich Terov erstmals das Fotosatzprogramm von Unix und da die Ausgabe von Terov auf einen Scheibenbelichter der japanischen Firma Wang ausgerichtet war. Ein Scheibenbelichter ist ein Belichter, da ist ein 9 x 12 cm großes Dia drin und in dem Dia befinden sich die Buchstaben an unterschiedlichen Stellen und es gibt dann ein paar kleine Linearmotoren, die das Dia an der richtigen Stelle im Strahlengang eines kleinen Dia-Projekters positionieren, sodass dann einer von diesen Buchstaben, die sich auf diesem 9 x 12 cm größeren Dia befindet, auf einen Film projiziert werden kann. Damit kann man dann computergesteuert einen ganzen Film belichten, der wird dann entwickelt, dann kann man Offset-Druck damit machen. Und der Name Unix ist deswegen gewählt worden, weil es schicker aussah und weil es bei den AT&T-Leuten jemanden gab, der es schick fand, sogenannte Kapitelchen zu verwenden. Das ist ein Ausdruck aus der Satztechnik, der dadurch entsteht, der beschreibt, dass man nimmt Großbuchstaben statt einer Groß-Kleinschreibung, skaliert aber die Größe so runter, dass sie ein bisschen größer nur sind als die kleinen Buchstaben. Und wie gesagt, es gab jemanden in der Unix-Truppe, der fand das schick und das sah wohl mit dem x am Ende besser aus als mit der Schreibweise ICS und daraufhin haben sie in dem Moment, wo T-Rof verfügbar war, umgestellt auf diesen neuen Namen. Jetzt ist die Frage, was für Manier ist, meinst du? Also erst mal, Enrof kann mehr, als die meisten Leute glauben. Enrof kann nämlich nicht nur einfach Text, sondern Enrof ist eine leicht abgespeckte Version von T-Rof. Enrof kann nämlich tatsächlich eine, ist eigentlich gedacht dafür, so einen Typenraddrucker anzusteuern und das kann nicht nur, wie es auf Terminals verwendet wird, feste Zeichenabstände machen, sondern es kann variable Zeichenabstände machen und mit einem richtigen Typenraddrucker kann es etwas ausdrucken, was sehr buchähnlich aussieht. Ich weiß nicht, ob es sowas tatsächlich als Unix-Manuals gab. Also das Älteste, von dem ich weiß, sind, also die ältesten Unix-Manuals, die es etwa gibt, die sind so um die Zeit von 73, die existieren übrigens auch nicht mehr als Textfiles, da hat irgendjemand beim Ausmisten seines Schrankes noch Ausdrocke gefunden, sie zur Verfügung gestellt und das, was es jetzt gibt, sind eingescannte Versionen von diesen Ausdrucken. Wie die aber entstanden sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und es kann ja auch schon sein, dass sie es schon 73 gemacht haben, aber davor gab es meines Wissens nach auch gar keine Manuals. Wie es insgesamt auch so war, dass die Manuals in der Anfangszeit sehr, sehr schlecht und spärlich waren. Da erkläre ich nachher auch mal, wieso es so gute Manuals bei Unix gibt. Ja, also um 1970 war die erste Unix-Version auf der PDP 7 fertig. Das System war damals noch komplett um 1970 in Assembler implementiert, allerdings ist dann relativ bald auf Basis von BCPL, das ist eine Programmiersprache, die in den 70er Jahren sehr beliebt war, die Programmiersprache B entstanden und aus der Programmiersprache B ist dann die Programmiersprache C entstanden. Und so ab 72, 73 gab es dann auch die Versionen von Unix, die B- oder C-Implementierungen enthalten hatten. Davor war das alles in Assembler geschrieben. Interessant ist halt etwas, was wir heute als unverzichtbaren Bestandteil von Unix sehen, die Pipes. Das ist also schon 1972 von Douglas McIlroy erfunden worden. Und ich fand das wirklich mal schön, ich habe so 1990 mal einen Vortrag von Stephen Born gehört, wo er ein bisschen erzählt hat, wie die Anfänge von Unix waren. Und als diese Pipes im Kern entwickelt waren, haben die Leute sich alle daran gemacht, am folgenden Tag ihre Programme so anzupassen, dass sie auch mit Pipes funktionierten. Und einen Tag später konnte sich bei AT&T niemand mehr vorstellen, wie das Leben ohne Pipes war. Das muss also wirklich ein gewaltiger Durchbruch gewesen sein. Richtig verbreitet hat sich Unix ab Version 6. Also das ist so um 1975 gewesen. Und um die Zeit herum passiert da auch was Lustiges. Davor waren die ganzen Anwenderprogramme von Unix alle in Slash-Bin. Und wer noch ein altes Unix hat, was tatsächlich noch ein separates Slash-Bin-Directory hat und sich die mal anguckt, der wird feststellen, dass da sehr wenige Programme drin sind, aber wenn er sich die Programme genau anguckt, wird er feststellen, dass es richtige Basisprogramme sind. Das sind nämlich die Programme, die es ausschließlich in Unix damals gab. User-Bin wurde dann freigeschaltet zum Schreiben für jedermann, etwa so um Mitte der 70er Jahre. Und damals war es so, dass unter Slash-User die Home-Directory's der Benutzer waren. Das ist auch lustig, wenn man sich mal ältere Unix-Sourcen anguckt, dann, das weiß ich leider nicht, wer was gemacht hat, es gibt aber da User-Ken und User, das ist Ken Thompson, und User-DMR, das ist Dennis Ritchie. Und wenn man sich anguckt, was da drunter ist, dann findet man in der einen Directory den Quellcode für die Anwenderprogramme und in der anderen Directory den Quellcode des Unix-Kerns. Weil nämlich der eine von den beiden hauptsächlich am Kern gearbeitet hat und der andere hauptsächlich an den Anwenderprogrammen. Und die anderen Nutzer haben halt auch in Slash-User ihr Home-Directory gehabt. Und User-Bin wurde halt eingerichtet damit, wenn jemand ein neues Programm geschrieben hat, von dem er der Meinung war, dass das andere Leute unter Umständen auch interessant finden könnten, für andere Leute verfügbar ist, denn damals war der Plattenplatz extrem begrenzt. Platten waren somit das teuerste überhaupt. Und das Interessante ist, warum gibt es jetzt so gute Man-Pages unter Unix? Das hat Stephen Born damals in seinem Vortrag mal so erklärt, als er entdeckt hat, dass die Leute dann zwar die Möglichkeit, den Speicherplatz unter User-Bin zu nutzen, angenommen haben, stellte sich heraus, dass sie leider sehr faul waren und keine Dokumentation geschrieben haben. Das heißt, die ursprüngliche Idee, dass da Programme hinkommen, die jeder benutzen kann, die war dadurch verhindert worden, weil die anderen Leute, die das Programm nicht geschrieben haben, gar nicht wussten, was es tut. Und daraufhin hat Stephen Born gesagt, okay, Jungs, wenn ihr das in Zukunft weitermachen wollt, dann halten wir uns doch einfach mal alle gemeinsam an die Regel, wer eine neue Version von einem Binärprogramm nach User-Bin tut, der muss auch eine neue Version von der Man-Page drauf tun. Und es gab ein Chron-Skript, was jede Nacht einmal gelaufen ist, geguckt hat, gibt es neue Programme unter User-Bin oder Upgedatete. Und dann hat es nachgeguckt, gibt es auch eine neue Man-Page und ist die auch nicht kleiner geworden als die alte. Und dadurch wurden die Leute dazu angehalten, tatsächlich Man-Pages zu schreiben. Hat das nicht zugetroffen, wurde das Binary einfach automatisch gelöscht. Das heißt, wenn die Leute den Plattenplatz dann weiterhin nutzen wollten, mussten sie ihre Programme auch dokumentieren. Das ist der Grund, warum wir jetzt gute Dokumentationen haben. Denn wenn man sich halt anguckt, es gibt ja auch Systeme, wo Dokumentationen von speziellen Dokumentationsgruppen innerhalb einer Firma gemacht werden. Und solche Dokumentationen ist eigentlich immer schlechter als eine Dokumentation, die von den Programmierern selbst gemacht worden ist. Weil die wissen halt besser, was ihre Programme tun. So, jetzt ist die Frage sicherlich halt auch mal interessant, warum ist eigentlich Unix überhaupt so verbreitet? Der Hintergrund ist der, AT&T war damals ein staatlich lizenzierter Monopolbetrieb. Und zwar haben sie das Telefonmonopol in den USA gehabt. Und die Gesetzeslage in den USA war damals so, dass eine Firma, der man ein Monopol übertragen hatte, die durfte keine andere Geschäftstätigkeit haben, als das genehmigte Monopol. Und das Monopol war halt Telefonie. Ein Betriebssystem gehörte nicht dazu. Das heißt, verkaufen hätten sie es nicht dürfen. Und darum war die einzige Möglichkeit, Unix in Umlauf zu bringen, es zu verschenken. Und das hat man also tatsächlich in den 70er Jahren auch gemacht. Es ist also an diverse Unis gegangen. Also eine der Unis, die es relativ früh bekommen haben, und das, obwohl es auf der anderen Küste von den USA ist, denn AT&T, hat das Labor der Bell Labs, wo Unix entwickelt worden ist, war in New Jersey, das ist an der Ostküste, und die Uni Berkeley ist ja an der Westküste der USA. Aber die Uni Berkeley ist einer der ersten Empfänger von dem Unix-System. Interessant ist übrigens, dass es also nicht auf die USA beschränkt blieb. Damals ist zum Beispiel die Uni Melbourne in Australien, ist auch eine Universität, die dafür bekannt ist, dass sie sehr, sehr frühzeitig Unix eingesetzt hat, und vor allen Dingen sind es die Ersten, die Unix auch auf eine andere Hardware-Plattform portiert haben. Was sie für einen Rechner haben, habe ich jetzt vergessen, aber die hatten tatsächlich einen völlig anderen Rechner, und das Erste, was sie gemacht haben, Unix nehmen, und für ihr Rechnersystem zu portieren. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, es ist an die Unis gegangen, ab Mitte der 70er Jahre gab es das halt an der Universität von Berkeley, also UCB heißt University California Berkeley. Das ist, wer es nicht weiß, es gibt ja diese Bucht von San Francisco, da ist halt San Francisco an so einer Landzunge zwischen diesem Binnenmeer und dem Echtenmeer, und auf der anderen Seeseite dieser Bucht von San Francisco liegt der Ort Berkeley, und der größte Baukomplex da drin ist die Uni Berkeley. in dem Bereich, in dem, in der Universität gab es damals einen Studenten namens Bill Joy, und der hatte damals dort studiert. Dort gab es eine Unix-Installation und ein Sommer-Programmierprojekt war, schreibt eine Shell-Implementierung. Und das Interessante ist, Bill Joy hat da halt auch mitgemacht, hat einen Shell geschrieben, den man auch heute noch finden kann, unter dem Namen A-S-H, allerdings nicht das, was jetzt auf FreeBSD als A-S-H, ja, A-S-H unter B-S-D ist ein Quiz-Shell, aber dieser Shell von Bill Joy von 1976 heißt einfach Ö-Shell. Und wenn man sich den Code dieses BSD-Software-Band besorgt und anguckt, dann findet man da ein lustiges Readme, wo der Bill Joy erklärt, wie toll er das fand, dieses Programmierprojekt, und dass er überlegt, ob er eventuell Shell ist ja Muschel auf Englisch, ob er demnächst mal so zum Spaß ein Programm, was er dann gerne Seemuschel, Seashell nennen möchte, entwickeln wird. Wie wir wissen, ist der Name nachher etwas abgeändert worden, statt SEA hat er nur ein C verwendet. Aber dieses Band, das kann man also jetzt bekommen, wer das Interesse daran hat, der sollte sich mal darum kümmern, es gibt etwas, das nennt sich CSRG, da ist die BSD-Unix-Entwicklung drauf, von 1976 bis 1995. Das sind vier CDs. Und da ist halt auch dieses Software-Band, was unter dem Namen BSD-1 bekannt ist, drauf. Das Lustige ist, wie ist das damals gehandhabt worden, Bill Joy hat dieses Band selbst an Leute verteilt, das heißt, er hat in Mailinglisten geschrieben, Jungs, wenn ihr haben wollt, meldet euch bei mir. Dann hat er auf seine Kosten leere Bänder gekauft, hat sich in seiner Freizeit hingesetzt, hat die Software auf die Bänder draufgespielt und sie dann zum Selbstkostenpreis verkauft. Ich habe Selbstkostenpreis, wie ihr vielleicht seht, hier in Anführungszeichen geschrieben, denn er hat 1000 Dollar dafür genommen. und das Band war so erfolgreich, dass Bill Joy nach nur drei Monaten das Geld für seinen ersten Ferrari zusammen hatte. Leider habe ich das in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Früher, also vor 20, 30 Jahren, war es relativ einfach, dieses Foto, wo er ganz stolz neben seinem gebrauchten Ferrari steht, im Netz zu finden. Ja, also wer sucht nach einem Betriebssystem, was BSD 1 hat, der wird es vergeblich versuchen, weil halt es sich bei BSD 1 nur um dieses Band handelt. Dann wurde aber BSD 2.x entwickelt für eine PDP 11. Das Lustige ist, das gibt es immer noch. Es gibt also immer noch ein Entwicklungsprojekt, was noch aktiv ist, BSD 2.11 nennt sich das, und da wird ein Unix für die PDP 11 entwickelt. Das läuft natürlich heutzutage im Allgemeinen nicht auf echten PDP 11, sondern auf PDP 11-Emulatoren. Aber interessant ist, dieses System ist netzwerkfähig. Es gab auch Isonet-Adapter für die PDP 11 und es gibt also auch für die Emulation von der PDP 11 einen Isonet-Adapter und es gibt dieses BSD 2.11, was es aktuell gibt. Das ist in der Tat auch mit dem Netzwerkstack ausgestattet. Allerdings muss man jetzt Folgendes sehen, diese Maschine hat einen maximalen Adressraum für ein Programm von 64 KB für Programm und 64 KB für Daten. Und das ist zu wenig, um darin ein komplettes Unix mit Netzwerkstack zu implementieren. Darum läuft der Unix-Code von BSD 2.11 auch als Overlay, als Kernel-Overlay. Es gibt ein File, das heißt Slash Unix, da ist der Basis Unix-Kern drin und es gibt ein File, das heißt Slash NetNix, da ist der Netzwerkstack drin. Und das wird abwechselnd halt je nach Bedarf da reingeswappt und es kann heißen, wenn man halt auf diesem System Netzwerk I.O. macht, dass es sehr langsam wird. Wolltest du was? Ja? Ja, habe ich doch gesagt. Das sind auf diesen vier CDs CSRG. Ja, Unix Heritage. Es gibt, also wer sich interessiert für ältere Unix-Versionen, es gibt also zwei Sachen, die er sich merken sollte, Unix Heritage Society oder sagen wir drei Anlaufstellen. Stichwort Unix Heritage Society, also das Erbe von Unix, dann gibt es die Pups, das ist die PDP-11 Unix Preservation Society, das sind auch die Leute, die jetzt noch an diesem BSD-211 arbeiten und dann gibt sich auch der Kirk McKusick ein bisschen Mühe, da Sachen zu verteilen. Also Kirk McKusick ist derjenige, der diese CSRG-CDs zusammengestellt hat, wo die gesamte Entwicklungsgeschichte mit der SCCS-Versionsgeschichte von dem BSD-Entwicklungszweig von Unix zwischen 76 und 1995 drauf ist. Ja, aber gegen die späten 70er-Jahre etwa kam dann halt auch die WEX auf. Am Anfang war das die WEX 11750, später die WEX 11780. Diese Portierung ist übrigens auch von AT&T angestoßen worden und die Unix-Version von AT&T, die für diese WEX portiert war, nannte sich bei AT&T Unix 32V und das ist ein Nebenzweig von Unix Version 7 und davon hatte die Universität Berkeley eine Lizenz erworben und wenn es also jetzt darum geht, mal zu entscheiden, was ist da alles drin, von den AT&T Entwicklungen, die nach Unix 32V kamen, ist da nichts mehr drin. Das ist übrigens auch der Grund, warum es den Almquist Shell gibt, weil der Born Shell von 1979, der in diesem Unix 32V drin war, der ist zwar prinzipiell mit dem C-Compiler kompiliert worden, der ist aber in einer Sprache geschrieben worden, die eher aussah wie Algol 68 und das hat der Stephen Born damals gemacht, indem er C-Präprozessor Makros definiert hat, die ihm erlaubt haben, etwas zu schreiben, was so ähnlich wie Algol 68 Code aussieht, aber hinten dann C-Code rauswirft und das ist dieser Ur-Bornshell, der noch keine Funktionen kannte und eine ganze Menge Dinge auch nicht und weil das halt um 1990 nicht mehr zeitgemäß war und weil die Universität Berkeley auf legalem Wege die neueren Bornshell Versionen, die so um 1983, 84 rauskamen mit Funktionserweiterung und noch ein paar anderen interessanten Sachen halt nicht legal erworben hatte, hat dann der Herr Almquist an sich die Mühe gemacht, nochmal etwas, was Bornshell kompatibel ist, von Scratch neu zu schreiben und das ist, was unter dem Namen Almquistshell bekannt ist. Dann gibt es auch noch was, was DASH heißt, das ist der Debian Almquistshell, das ist irgendwie eine Debian-Variante von dem Almquistshell. Aus diesem Unix 32V, was also die Uni Berkeley als letztes lizenziert übernommen hat, ist dann in der Folge das BSD Unix 4.x entstanden. So, da muss man jetzt sagen, wie ist das jetzt weitergegangen? Es gab 4.0, das war im Prinzip im Wesentlichen identisch mit diesem 32V, dann gab es 4.1, das war etwa so um 1979, da kam nämlich TCP-IP rein. Und da ist also auch eine lustige Sache passiert, Bill Joy hat diesen TCP-IP-Stack in den Kern reingeschrieben und das obwohl, sollte man auch mal sehr aufpassen, weil es interessanterweise jetzt neuerdings genau gegenteilige Behauptungen aus akademischer Seite gibt, aber damals haben Akademiker die These aufgestellt, ein TCP-IP-Stack, wie er gerade damals standardisiert worden ist, im Bereich der RFC, also Request for Commands aus dem ARPANET-Projekt, würde halt diese Implementierung für TCP-IP nicht in den Kern reingehören, sondern sei selbstverständlich ein Anwenderprogramm. Wenn man heute Akademiker fragt, dann werden die einem alle sagen, das Zeugs gehört doch selbstverständlich in den Kern rein. Warum hat der Bill Joy das damals in den Kern reingemacht? Kann sich das einer von euch vorstellen? Das braucht Echtzeit Fähigkeiten und weil es halt es reden ja mehrere Rechner miteinander, da gibt es Handshakes und da muss man in einer bestimmten Zeit reagieren und wenn man das nicht tut, wird es langsam und man konnte damals mit Hilfe von User Software Reaktionszeiten nur innerhalb im Bereich von etwa einer Sekunde erreichen und wenn man halt im Millisekunden Bereich reagieren wollte, war die einzige Möglichkeit das in den Kern reinzuschreiben und darum hat Bill Joy eine Implementierung gebaut im Kern und diese Implementierung ist, da gibt es eine lustige Geschichte, Bill Joy hat mal selbst in einem Vortrag gesagt, dass er als er das erste Mal den TCP-IP-Kram im Kern funktionsfähig fertig hatte, hat er die Nacht bis um 4 Uhr durchgemacht und hat dann diese ganzen R-Programme die es gibt, also RCP, RSH und FDP und was es sonst noch so gab in der Nacht bis morgen um 4 implementiert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die nicht sonderlich sicher waren und dann ja jetzt auch alle durch die SSH-basierten Varianten ersetzt worden sind. Aber damals muss man halt auch sagen, Netzwerk war halt was für eine Elite, es gab ganz wenig Leute, die da Zugang hatten, sondern 1979 waren es noch deutlich unter 100 Rechner, die am damaligen ARPANET dran gehangen haben. Das heißt, das war nichts, wo man sich damals wirklich Gedanken gemacht hat, dass es unsicher sein könnte. Wie gesagt, BSD 4.1 ist halt mit Netzwerkunterstützung und da hatten sie, was sie da auch schon gemacht hatten, ist, dass die Dateinamen nicht mehr auf 14 Buchstaben begrenzt waren, pro Pfadnamenkomponente, sondern da hatten sie das Pfeilsystem schon umgehackt auf einen Bereich, der halt bis zu 255 Buchstaben lange Pfadnamenkomponenten konnte. Und wenn man sich jetzt dieses BSD 2.11 anguckt, was es aktuell immer noch für die PDPF zu bekommen ist, dann ist das genau so eine Pfeilsystemvariante. Das ist ein Unix version 7 Pfeilsystem mit einem Aufsatz, dass halt variabel lange Pfadnamenkomponenten drin sind, weil das UFS-Pfeilsystem so viel Code braucht, dass man es halt nicht in dem Unix für die PDPF unterkriegt in den 64 Kilobyte Textsegment. Ja, interessant fand ich auch es gab irgendwann Ende der 70er Jahre mal die Aussage Unix ist das weltweit verbreitetste Betriebssystem. Ja, es gab damals über 600 Unix Installationen und ich weiß nicht, wer von euch das mal gelesen hat, es gab ja mal in den 50er Jahren so Aussagen von diversen Firmen, die Computer herstellen, unter anderem auch IBM und IBM hat damals den weltweiten Bedarf für Computer auf zwei bis vielleicht drei oder fünf geschätzt. Damals hat man mit Lochkarten gearbeitet und die dachten halt, die Leute stanzen ihre Lochkarten, tun ihnen Pakete, schicken das Paket zu einem zentralen Ort, wo ein Computer steht, dann kommt der Operator, legt die Lochkarten in den Lochkarten Leser reindrückt auf den Startknopf, einen Augenblick später druckt es irgendwo auf dem Drucker und dann wird halt das Paket mit den Lochkarten und dem Ausdruck zurückgeschickt. In der Form gab es übrigens bis in die tiefen 60er Jahre die Leute, die damals Programmieren gelernt haben, die haben üblicherweise auch genau so programmiert. Die haben den Computer nie aus der Nähe gesehen. Ja, jetzt bei BSD um 1980 gewesen, was ich jetzt allerdings noch nicht so ganz erwähnt hatte, ist, die Zeilen wollte ich nochmal kurz sagen, es gibt übrigens, warum heißt das BSD Unix 4? Ganz einfach, man wollte sich damals mit AT&T nicht in die Wolle kriegen, um die Zeit, um 1980 herum, hieß das aktuelle AT&T-basierte System Unix System 3. Und zwar hatten die die 2 übersprungen bei AT&T, weil es BSD 2.x für die PDP-11 gab und die AT&T-Leute den Berkeley-Leuten nicht ins Gehege kommen wollten und daraufhin haben die Berkeley-Leute dann ihre nächste Version 4 genannt, weil AT&T eine Version 3 hatte. Ich habe sowas noch nicht, also wenn, dann schick mir bitte einen Beleg dafür. Also ich Ja, da habe ich nichts wirkliches gesehen, also gut, aber wenn, also da sind auch in diesen, in den CSRG-Quellen ist da nichts zu sehen, also dann muss ich es übersehen haben, gut, aber dann, ich bin gerne bereit, das mir nochmal anzusehen. Also da, ich sage, es gab ja halt auch die Sache, dass die Berkeley, dass die AT&T-Leute halt keine Version 2 gemacht haben. So, interessant ist dann halt letztendlich diese PDP-Rechner von DEC waren ja ein Durchbruch, weil es halt so Mini-Rechner waren, die halt nur die Größe einer Telefonzelle etwa hatten und damalige Großrechner hatten halt einen Raum dieser Größe komplett belegt. Der nächste Schritt war dann der Motorola 68000, der übrigens sich in seiner Struktur doch ganz schön an der PDP-11 orientiert hat. Hat sie nicht nachgebaut, das ist schon an vielen Stellen etwas anders. Er hatte ja auch eine ganze Menge 32-Bit-Instruktionen schon und ist nicht vollständig 16-bittig wie die PDP-11. Aber er hat sich relativ stark an der PDP-11 orientiert und hat versucht, das in etwas besser hinzukriegen. Da ist aber dann leider dann Motorola doch ein kleiner Fehler beim Konzept entstanden. Erkläre ich gleich. 82 war Andreas von Bechtelsheim, das ist ein Deutscher, der damals mit einem, der hatte ein paar Jahre vorher bei Jugend Forsch einen Preis gewonnen, hatte dann in Folge ein Stipendium bekommen und durfte an der Stanford University studieren. Stanford ist ein kleines Stück, etwa so 10 Kilometer südlich von San Francisco, also auf der anderen Seite von der Bucht von San Francisco wie Berkeley und das ist eine Privatuniversität, die relativ viel Geld hat, die sie aus Spendenmitteln erwerben und der Andreas von Bechtelsheim hat da Elektrotechnik studiert und die waren so gut ausgestattet, dass sie ein Hardwarelabor hatten, wo es kistenweise Bauteile gab, die jeder Student kostenlos verwenden durfte für seine Bastelaufgaben, die er sich so vorgestellt hat und unterlagen auch 68.000 CPUs in der Kiste und der hat dann angefangen aus den Sachen da einen Rechner aufzubauen und dann ist ihm irgendwann als es fertig war die Idee gekommen oh scheiße mit dem Rechner allein kann man nichts anfangen da braucht man ja ein Betriebssystem zu dann hat er sich ein bisschen umgehört und hat festgestellt dass er irgendwie 50 Kilometer entfernt die Uni gearbeitet worden ist und dann hat er sich an Bill Joy gewendet allerdings muss man sagen es sind die Firma Sun ist insgesamt von vier Leuten gegründet worden also die Hauptperson ist der Andreas von Bechtolsheim der hat übrigens auch die Mitarbeiter Nummer eins die Mitarbeiter Nummer zwei hat Bill Joy der ist halt der Mensch der das Betriebssystem verstanden hat und Scott McNeely ist jemand der die wirtschaftlichen Aspekte gedient hat gemacht hat und der ja auch relativ lange Zeit der Chef der Verwaltung von Sun war und dann gibt es noch einen Inder der der Koschler heißt der also jemand mit indischem Stamm der auch aus Kalifornien ist und dieser Mensch hat sich im Wesentlichen damals darum gekümmert Geldgeber für Neugründungen von Firmen zu organisieren und vielleicht sollte man das auch mal erwähnen also einer der Geldgeber ist übrigens auch ein Professor von der Universität Stanford der ein Jahr vorher auch ein Teil seines Vermögens ergeben hatte um die Firma SGI zu gründen und der hat also auch in die Firma Sun investiert so diese Sun 1 die dann 1982 gebaut worden ist die konnte man das war eigentlich die Idee dass man die mit Berkeley Unix betreibt das ging aber nicht also man konnte zwar Berkeley Unix theoretisch auf den Motorola 68000 portieren aber der Motorola 78000 hat getreu seinem Vorbild der PDP-11 auch Assembler Instruktionen die diesem C Konstrukt Stern P++ entsprechen und wenn jetzt so eine Instruktion in der Mitte irgendwo unterbrochen wird weil irgendwas schief geht dann muss eine korrekt aufgebaute Maschine den Zustand des Programmsteuerwerks innerhalb der CPU irgendwo speichern damit eine Ausnahmebehandlung angeworfen werden kann das Problem löst und dann wieder zurückspringen kann das geht mit dem 68000 nicht und darum kann man kein Betriebssystem mit virtueller Speicherverwaltung auf einem Motorola 68000 installieren da gab es damals übrigens tatsächlich auch Ideen das mit dem 68000 hinzukriegen es gab ein System ich weiß nicht wer das gebaut hat die hatten tatsächlich zwei 68000 eingebaut die haben nämlich folgendes gemacht wenn eine Ausnahme entstanden ist dann haben sie nicht die Ausnahme durch den Hauptprozessor abarbeiten lassen sondern die haben mit einer Elektronik Schaltung Halt auf den Haupt 68000 sind gegeben dann den zweiten 68000 angeworfen der hat dann die Ausnahmeroutine abgearbeitet und wenn man dann den Haltdraht wieder deaktiviert hat dann ist der Rechner tatsächlich einfach weitergelaufen aber der Rechner von Andreas Bechtusheim war ja schon fertig und darum war die einzige Möglichkeit da ein Unix drauf zu kriegen Geld in die Hand zu nehmen die englische Firma Unisoft zu beauftragen die damals die ersten waren die so ein Unix Version 7 auf Motorola 8000 portiert haben es kam dann 1983 spät Ende 1983 Anfang 1984 kam dann der Motorola 78 10 raus und das war eine Korrektur von dem 68 1000 da hatte man dann diesen Konzeptfehler für die Ausnahmebehandlung repariert und der konnte dann tatsächlich mit BSD 4.2 betrieben werden übrigens ist das überall wenn man im Netz guckt mit ganz ganz wenigen Ausnahmen falsch dargestellt das Betriebssystem was damals auf den Rechnern war von Sun hieß nicht Sun US sondern es hieß BSD 4.2 in Klammern Sun Unix und er mit den ersten Motorola 8000 20 System das waren also durchgängige 32 Bit Rechner die ersten davon sind produziert worden am 24 Dezember 1985 das weiß ich deswegen so genau weil die Produktionsdaten nämlich in dem ID Prom drin standen als Zeitstempel und weil ich eins dieser Systeme am dritten Weihnachtsfeiertag 1985 auch von Sun bekommen habe ich weiß bis heute nicht wie sie es geschafft haben es immer halb also über die Weihnachtsfeiertage nach Deutschland zu schaffen und auch noch durch den Zoll durch zu bekommen aber das System was für diese 8.020 basierten Systeme kam war das erste System was tatsächlich offiziell den Namen SunOS hieß und das nannte sich SunOS 3.0 und bis etwa 1986 Mitte 87 war die Unix also diese SunOS Version auch tatsächlich mehr oder weniger direkt abgeleitet aus dem BSD Unix und bis etwa 86 hat auch Sun Entwicklungen an die Universität Berkeley zurückgegeben die haben also Quellcode den sie selbst neu entwickelt haben bei der Firma Sun der Rechner Forschungstruppe an der Uni Berkeley zurückgegeben und darum weil nämlich in SunOS 3.0 ist nämlich als erstes der sogenannte VFS Layer drin das ist ein virtueller Filesystem Layer der das ermöglicht dass das Betriebssystem mehrere Filesysteme nebeneinander drin haben davor war es so dass ein Betriebssystem genau ein Filesystem gleichzeitig konnte und das war fest eingebunden direkt in den Kern und in SunOS 3 1985 da war das erste Mal das erste System mit NFS und um das halt einbinden zu können und um halt auch in der Lage zu sein ein Root Filesystem über NFS zu haben bei einem Diskless Client brauchten sie einen virtuellen Filesystem Layer zwischen dem Betriebssystem Kern und den eigentlichen Filesystem Implementierung und weil halt bis 86 tatsächlich so ein Quellcode zurückgeliefert worden ist an die Uni Berkeley ist der VFS Layer der jetzt in Berkeley Implementierung drin ist übrigens immer noch sehr sehr ähnlich dem Layer der in SunOS drin ist mal gucken wie wir bei der Zeit sind gut ja kleiner Ausflug was gab es so nebenbei Anfang der 80er Jahre hat auch die Firma HP plötzlich die Idee gehabt ein Unix auf den Markt zu bringen damals gab es HP 9000 Systeme da haben sie sich von AT&T ein System 3 gekauft es gab da wohl auch mal eine Zeit lang 78.000 Systeme von HP wobei ich mir jetzt nicht sicher bin was man da im Netz findet ob das tatsächlich HP selbst ist aber Mitte der 80er Jahre hat die Firma Hewlett Packard die Firma Apollo Domain gekauft und Apollo Domain hatte ein eigenes Unix System und das lief auf 68.000 an ich vermute dass also das was man im Netz jetzt findet nicht über wirklich Eigenentwicklungen von HP redet sondern wenn da über die 78.000 Systeme hier redet wird geht es vermutlich um den Maschinenpark den es von dem dazugekauften Anbieter Apollo Domain gab weil Mitte der 80er Jahre hat halt Hewlett Packard ihren ersten Risk Prozessor rausgebracht und es ist übrigens auch interessant zu sehen dass gleichzeitig mit 1986 auch der erste Spike Prozessor von Sun rauskam und um die Zeit halt auch der erste vermarktete PowerPC von IBM kam das ist die Risk CPU Variante von IBM Aktuelle Versionen von HPOX sind übrigens ähnlich System FireReduce 4 die haben aber nie direkt wirklich den Code übernommen das sieht man auch daran dass sie also bis etwa 2000 einen Berkeley Unix basierten TCP IP Stack hatten die haben dann erst um 2000 von der Firma Mentat Inc das kann man daran sehen weil Sun hatte nämlich ihren Netzwerkstack Anfang der 90er Jahre von Mentat gekauft Streams basiert und eine Mentat Implementierung erkennt man darin dass es das Programm NDD gibt was es damals halt nur auf Solaris gab also Solaris damit kann man die Netzwerk Parameter im Kern ändern also zum Beispiel Wartezeiten die der Kern hat bevor du einen Port nochmal neu aufmachen kannst wenn du also wenn du einen Server hattest der einen Port bedient hat dann musst du normalerweise drei Minuten warten bis du wenn der gestorben bist du wieder einen Server starten kannst der den Port mit der gleichen Nummer aufmachen kann und das ist so ein Parameter den man mit NDD verändern kann ab 2001 hat HP ihre Systeme von dieser Power Architektur auf Itanium umgebaut was interessant ist ist übrigens dass also der Itanium eine Opcode System hat was sehr ähnlich dem Power Risk System von den alten HP Rechnern ist die haben es jedenfalls irgendwie geschafft dass man auch die älteren PA Risk 2 Binaries auf dem Itanium laufen lassen kann aber inzwischen ist es so dass im Augenblick HP im Unix Bereich eher dabei zu sein scheint nicht mehr allzu viel weiterzumachen also jedenfalls hört man immer weniger von denen ja AIX kam also auch etwa 86 raus die haben sich damals also auch sehr bemüht ich weiß dass wir Ende 86 bei der Firma Berthold wo ich damals gearbeitet habe das war übrigens der damals zweitgrößte Sun OEM also die Fotosatzfirma Berthold hat in den Jahren bis etwa 1990 ein Viertel aller Sun Rechner die jemals gebaut worden sind verkauft und da kam dann plötzlich halt auch IBM und hat uns einen AIX Rechner hingestellt kostenlos in der Hoffnung wir würden unser Satzsystem darauf portieren interessant interessant ist aber dass es nicht so ganz klar ist auf welche Art und Weise AIX entstanden ist es kann jedenfalls nicht wirklich aus einem echten Quellcode von AT&T entstanden sein wenn man sich uname anguckt dann sind uname minus r und uname minus s vertauscht und das kann leicht passieren wenn man die man page liest die ist nämlich sehr unsauber geschrieben und vielleicht ist es auch der Grund warum Leute sagen AIX sei eine Abkürzung für Alien Unix und es ist dadurch entstanden dass ein Außerirdischer einem anderen Außerirdischen am Telefon das Manual vorgelesen hat und der andere dann das Zeugs versucht hat zu implementieren ja also AIX hat eine ganze Menge Abweichungen von AT&T basierten Unix und darum es ist auch nicht so einfach portable Programme zu schreiben die auch auf AIX laufen wenn sie bestimmte Dinge benutzen wie bestimmte Floating Point Dinge die nicht genau nur POSIX sind sondern halt einfach mal weil sie aus den 80er Jahren stammten und mal auf einem AT&T Unix oder auf einem BSD Unix entwickelt worden sind die laufen nicht unbedingt dann auf AIX ja wie kommt man zu einem modernen System 1987 87 im Laufe des Jahres 1987 hat die Firma Sun auf Basis von ein paar Ideen von Bill Joy den BSD Kern genommen den sie damals hatten und hat das gesamte Memory Management rausgeworfen und etwas Neues ersetzt und alles was da drin ist erlaubt praktisch alles zu M-Mappen und da gab es halt im Frühjahr 87 auf der Usenix Tagung in San Francisco einen Vortrag zu und das muss die Firma AT&T damals so beeindruckt haben dass 1987 noch bevor Sun S4.0 veröffentlicht worden ist das ist nämlich erst so Januar Februar 1988 offiziell auf den Markt gekommen aber schon 1987 im Dezember hatten AT&T und Sun einen Kooperationsvertrag unterschrieben für die Schaffung von System 5 Release 4 und System 5 Release 4 ist eine interessante Konstruktion man hat den Kern von Sun S4.0 genommen und oh da ist ein Tippfehler drin das sind die sollen die Userprogramme von System 5 Release 3 sein das war nämlich das damalige System von AT&T und warum die Userprogramme von System 5 Release 3 ganz einfach Bill Joy hat darauf bestanden da sich AT&T ja den Kooperationsvertrag haben wollte wegen des Kerns dass die Firma Sun halt auch an System 5 4 den gesamten Kern beisteuert und dann musste man natürlich irgendein Kompromissangebot machen an AT&T das also auch etwas von denen sein konnte und dann hat man halt die User Space Programme genommen und das ist übrigens auch der Grund warum so um 1993 dieser Begriff Slow Laris herauskam da gibt es nämlich eine lustige Sache es gab Leute die haben Geschwindigkeitsmessungen gemacht indem sie einfachen DD haben gestartet auf ihrer Hauptfestplatte und gewartet haben wie lange es braucht bis es die gesamte Platte liest und den Output wegwirft nach DEF0 schreibt das Problem ist da sie das DD von System 5 Release 3 genommen haben hat es einfach einen malloc gemacht wenn man aber einen einfachen malloc macht in einem System was ja auf Basis von standard S4 jetzt plötzlich eine virtuelle Speichererwaltung hat und Page Größen kennt dann ist die Wahrscheinlichkeit dass halt so ein Puffer der mit malloc alloziert ist dass der über eine Page Grenze hinaus geht sehr sehr groß und dann muss jeder IO Auftrag in zwei IO Aufträge im Kern gesplittet werden weil halt etwas was über eine Seitengrenze hinweg geht nicht verarbeitet werden kann von einem System darum war die Berkeley Variante von DD auch schon 1981 so umgeschrieben worden dass sie statt malloc ein V-alloc macht das ist nämlich ein Alloc was Ergebnisse liefert die auf einem mehrfachen der Seitengröße anfangen und als zum Beispiel Sun 1994 diesen einfachen Buchstabe Änderung von malloc nach valloc in DD gemacht hat war plötzlich auch alles schnell und es gab noch ein paar andere so kleine Kleinigkeiten die dadurch halt die frühere Version von System 5 Release 4 langsam gemacht haben weil man einfach nicht angeguckt hat in welcher Form haben sich die User Space Programme eigentlich in den 80er Jahren von den AT&T System weiterentwickelt ja angefangen wurde das Ganze so 88 89 1990 was ist dann 5 Release 4 in der Form fertig dass es eine Muster Implementierung gab und AT&T hat gesagt wir haben das zwar gemeinsam gemacht aber wir haben ja Unix erfunden und darum gehört uns Unix was ich vielleicht noch sagen sollte zwischendurch eine ganz wichtige Sache um das Jahr 82 83 rum ist dieses amerikanische Telefonmonopol gefallen da hat nämlich die amerikanische Regierung die Firma AT&T in viele viele kleine Firmen zerschlagen Babybell genau da kommt der Begriff her also es gab vorher halt AT&T die haben ganz amerika bearbeitet und das wurde halt dann in ganz viele Bell Töchter eingeteilt zum Beispiel Bell Central Bell Atlantic und so weiter und infolge dieser Zerschlagung der Firma AT&T ist das Monopol gefallen und darum durfte AT&T Unix ab 82 83 auch tatsächlich verkaufen und um das zu tun haben sie den Firmenteil in New Jersey wo Unix entwickelt worden ist einfach ausgegliedert in eine separate Firma die dann USL hieß Unix System Laboratories und die waren dann der offizielle Anbieter von kommerziellen Unix Versionen und AT&T wollte halt dass System Freiflis 4 auch Closed Source ist dass sie Eigentümer sind und dass obwohl mehr als die Hälfte des Codes von Sun kam Sun trotzdem für jede verkaufte Sun OS Version Geld an AT&T zahlen musste und darüber war es dann natürlich nicht allzu glücklich so nochmal zurück jetzt einen kleinen Sprung wieder was ist in den 80er Jahren sonst noch so passiert Unix auf Intel CPUs die Firma Microsoft hat eine Unix Variante für einen Intel Prozessor gebaut das hieß damals MS SCO übergeben worden und dann ab 84 sind SCO Xenix vertrieben worden dann gab es nochmal ein Bruch 1987 hat Sun einen eigenen x86 Rechner rausgebracht mit einem 386 mit 25 MHz wer von euch sich ein bisschen auskennt der sollte wissen dass es 1987 von Intel als schnellste Geschwindigkeit von dem 386 Jahr 20 MHz zu kaufen gab wieso konnte Sun 25 MHz Rechner verkaufen ganz einfach Sun hat relativ wenig von den Dingern verkauft und Sun hat den Ausschuss bekommen der zu schnell war ein wichtiger einschneidender Punkt war etwa 1990 da ist der GCC für Intel CPUs portiert worden und damit gab es erstmalig frei verfügbaren Compiler der auf Intel funktioniert hat Anfang der 90er Jahre hat die Firma Sun eine Firma namens Interactive Unix gekauft das ist eine Kodak Tochter und auf Basis von dieser Firma ist dann Solaris X86 X86 entstanden 1991 gab es auch die erste Linux Version es gab auch eine erste 386 Portierung von BSD und ab 92 kam dann NetBSD und FreeBSD raus und ab September 92 gab es dann Solaris X86 aber das konnte damals erheblich mehr als ein damals aktuelles Linux weil Linux von September 92 konnte gerade mal Text Mode und das Solaris X86 von 1982 war ein komplettes Unix mit CDE GUI Wie ist das mit Linux im Einzelnen gelaufen? 1990 ist der GCC entstanden für Intel 91 gab es dann die erste Linux Version am Anfang mit dem Minix File System ohne GUI absolut minimalistisch und es lief halt auch nicht auf anderen CPUs sondern nur auf diesen damals verfügbaren Intel CPUs Interessant ist aber dass 1992 ein ehemaliger Sun Mitarbeiter namens Larry McVoy einen offenen Brief an die Firma Sun geschrieben hat da drin steht Solaris muss Open Source werden Kennt jemand von euch Larry McVoy oder kann den Namen irgendwie einordnen er sollte eigentlich auch im Linux Umfeld bekannt sein weil Larry McVoy hat sich nämlich in den 90er Jahren selbstständig gemacht und hat eine Versionsverwaltung implementiert und zwar hat er auf Basis der SCCS Ideen die Grundlage für alle modernen Versionsverwaltungssysteme gelegt indem man nämlich Bitkeeper SCCS geschrieben hat und da Linux in den ersten 10 Jahren völlig ohne Versionsverwaltung entstanden ist es gab halt immer nur Tar-Archive von den aktuellen Versionen war es also auch gar nicht so ohne weiteres möglich Linux nachträglich in eine Versionsverwaltung zu bringen weil es gab keine Versionsverwaltung damals auf dem Markt mit der man in der Lage gewesen wäre einfach diese Tar-Archive nacheinander irgendwo einzuspielen und dann zu sagen mach das doch mal zur nächsten Version aber der Larry McVoy hat damals halt ein Skript gebaut was das automatisiert hat und damit konnte das Bitkeeper SCCS für Linux verwendet werden und das war am Anfang auch so dass mit einer Verzögerung von etwa drei Monaten das Bitkeeper SCCS auch als Quellcode verfügbar war und die Binaries durften kostenlos von allen Open Source Projekten benutzt werden das Problem war Larry McVoy hat den Leuten untersagt Reverse Engineering zu betreiben oder eigene Klienten dafür zu bauen es war ein Netzwerk Protokoll dabei und das hat irgendeiner aus dem Linux Kernel Entwicklerumfeld gemacht und daraufhin hat Larry McVoy dann 2003 oder 2004 war das denen die Benutzungs nicht mehr Nutzerungserlaubnis entzogen und daraufhin sind dann etwa so ziemlich gleichzeitig sowohl Merkuriel als auch Git entstanden so wie ging es mit BSD weiter sind wir wieder zurück Anfang 90er Jahre ist es so dass die Forschungsgelder für Betriebssystementwicklung plötzlich von den Staaten nicht mehr zur Verfügung gestellt worden ist also auch die amerikanische administration hat kein Geld mehr an die Universität Berkeley gezahlt das heißt diese Betriebssystementwicklungsgruppe musste aufgelöst werden man hat den letzten Stand als BSD 4 4 veröffentlicht und als Folge gab es auch sofort Rechtsstreit mit AT&T die gesagt haben da ist ja Code von uns drin das dürft ihr ja gar nicht veröffentlichen um da erstmal drauf rum zu kommen hat man dann diese BSD 4 zurückgezogen und hat daraufhin eine Version gebaut wo man den Quellcode entfernt hat der klar von AT&T irgendwie abgeleitet worden ist und hat das ganze BSD 4 4 Lite genannt das war unvollständig und auch nicht lauffähig das ist auch der Grund warum 1994 zum Beispiel diese Firma BSD relativ erfolgreich war weil die hatten halt eine offizielle AT&T Lizenz und konnten auf dem damals noch vollständigen BSD 4 4 Code mit ihrem selbst portierten BSD Compiler auf Intel die haben nicht den GCC genommen ein System verkaufen ja Reaktion war halt dass Open Internet BSD und Free BSD entstanden sind wo man halt die AT&T Software durch eigene Sachen ersetzt hat interessant ist dass AT&T halt versuchten wollte das ganze zu verhindern und im Augenblick hat sich das ja alles in Luft aufgelöst weil was ist passiert es haben sich ein paar Leute hingesetzt und haben mal nachgezählt und festgestellt dass System 5 Release 4 mehr Code drin ist der von Berkeley stammt als Code der ursprünglich von AT&T stammt wohingegen in dem BSD 4 weniger AT&T Code drin also weniger als die Hälfte des Codes von AT&T ist und das interessante ist AT&T hat sich nicht an die BSD Lizenz gehalten in der BSD Lizenz Original von 1990 ihr müsst allen Leuten in all euren Werbeschriften und Dokumentationen darauf hinweisen in diesem Produkt befindet sich Software die eine Univide entwickelt worden ist und das haben sie nicht gemacht und der Rektor hat einfach gesagt vor Gericht ich möchte dass AT&T die hatten allerdings damals den Code schon nicht mehr 1994 ist das passiert da war das schon an Novell verkauft aber der hat gefordert dass AT&T sämtliche Dokumentationen und Werbeschriften die es auf der Welt gibt suchen und austauschen sollte gegen korrekte und das hätte Milliarden gekostet und daraufhin wurde die Klage gegen den Berkeley Code zurückgezogen und wir haben jetzt leider den Nachteil dass einige Dinge in den BSD nicht so schön sind wie sie sein könnten weil man halt teilweise unsinnige Änderungen gemacht hat nur um dokumentieren zu können ja der Code ist anders der ist von uns okay die 90er Jahre waren aber auch halt die dunkle Zeit von Sun in den 80er Jahren war Sun im wissenschaftlichen Bereich also wirklich führend September 91 das war also kurz nach dem Erwerb von Interactive Unix hat Sun Solaris x86 angekündigt ein Monat ein Jahr später ist die erste Solaris x86 Version entstanden übrigens ist das Schilly Makefile System im Februar 93 entstanden als ich dann Zugang zu der ersten Solaris x86 Version hatte und plötzlich sehen musste dass ich halt unterschiedliche CPUs für den Code unterstützen musste und dann sehen musste wie man es automatisch in einem Baum verarbeiten kann 1994 gab es Solaris 2.4 also dieses Solaris x86 war auf Basis von Solaris 2.1 es war also noch eine relativ wackelige Version von System 5 Release 4 Solaris 2.4 ist die war auch schneller als Sun S4 da war also definitiv mit Solaris vorbei interessant ist dass halt 1994 hat auch mehr Rechte von Sun gekauft da sage ich noch mehr was später aber was dann halt auch kam ist dass 95 der Pentium 90 raus kam und der war etwa gleich schnell wie damalige Spike Systeme da hatten wir zwar immer noch das Problem dass die das die Firma SGI und Grafikadapter in ihren Rechner hatten als was es damals für PC basierte Systeme gab aber was gleichzeitig damals passiert ist ist dass eine kleine Gruppe von Grafikkarten Entwicklern die bei SGI gekündigt haben und die Firma Nvidia gegründet haben und mit ihrem Know Know dann plötzlich Grafikkarten für PCs entwickelt haben und das ist halt also ab da wurden dann tatsächlich PCs auch benutzbar infolgedessen 96 glaube ich kam der Pentium 130 raus und in dem Bereich wurde auch irgendwann Linux populär und das ist leider auch der Zeitpunkt wo es angefangen hat die Studenten an den Universitäten zu vernachlässigen und wo das Interesse an Solaris zurückgegangen ist 97 gab es die erste 64 Bit Variante von Solaris übrigens was Linux jetzt inzwischen auch kann dass die Bibliotheken in zwei verschiedenen Subdirectories sind und man gleichzeitig auf einem Kern nebeneinander 32 und 64 Bit Programme laufen lassen kann das gab es 97 schon bei Solaris 64 Bit Kernen ja und das richtig schlimme war im Januar 2001 hat Sun Solaris 686 abgekündigt weil es angeblich nicht rentabel war was natürlich völliger Unsinn ist weil es gab damals etwa 14.000 Rechner an der Oberfinanzdirektion Hannover und es gab etwa 40.000 Solaris 686 Rechner im amerikanischen Militär und beide Institutionen haben so viel Geld an Sun gezahlt an Lizenzgebühren dass über die Einnahmen sogar die normale Solaris Entwicklung querfinanziert worden ist das heißt sie haben über ihr x86 Produkt eigentlich mehr Geld eingenommen als so dass sie damit die Hauptentwicklung finanzieren können trotzdem ist irgendein Idiot auf die Idee gekommen Solaris x86 abzukündigen das hat einen ziemlichen Schlag auf Solaris bewirkt ja nochmal kurz zurück was ist mit dem Sun Novell Deal gewesen wegen der Royalties die Sun also immer zahlen musste es war eine ganze Menge ich habe das leider vergessen das wurde aber wer das mal interessiert der sollte mal versuchen in den Usenet News aus den Jahren 93 94 zu suchen da sind Zahlen auch genannt worden was da abgelaufen ist ist ein bisschen sehr merkwürdig gelaufen Sun hat also mit AT&T verhandelt über den Erwerb eigenständiger Rechte an Unix und während das gelaufen ist hat AT&T Sun hintergangen und hat einfach alles an Novell verkauft das heißt Sun stand dann plötzlich da mit angebrochenen Vertragsverhandlungen und ihr Partner war nicht mehr zuständig das heißt sie mussten dann mit Novell weiterverhandeln und haben im Laufe des Jahres 1994 dann das Recht an Solaris erworben Solaris ohne Royalties an Novell zu bezahlen zu vertreiben und sie hatten auch das Recht eigenständig unter Lizenzen an gemeinsamen Quellcode zu verkaufen gemeinsam sage ich deswegen es bezieht sich auf all den Quellcode wo als Copyright Information nur Sun oder nur AT&T oder Sun und AT&T aber keine andere Firma drin steht ja schon 95 also zwei Jahre später hat Novell gemerkt dass sie mit Unix nicht so richtig klarkommen und haben Unix mit Haut und Haaren an SCO verkauft und ich sage deswegen mit Haut und Haaren weil hier 1993 als Novell Unix erworben hat haben sie nicht nur die Rechte an Unix erworben sondern sie haben halt auch das Gebäude und die Arbeitsverträge der USL Angestellten an der Ostküste mit übernommen und genau das Paket ist komplett so auch an SCO weiterverkauft worden genau das war getrennt also es gab immer sofort ja wir haben noch eine Viertelstunde und ich habe noch ein bisschen was ich war zu langsam wenn nachher noch irgendwo Zeit ist können wir uns irgendwie auf den Gang stellen ja was war hat Sunfair Rechte erworben sie hatte das Recht unter Lizenzen am Source Code zu verkaufen es war aber unklar ob das auch das Recht enthielt den Code Open Source zu machen darüber waren sich die Sun Anwälte anfangs nicht einig aber so um das Jahr 2000 herum war man sich sicher dass das dieses Recht auch enthält und zwar für alle Quellen in denen nur Sun und AT&T oder als Urheberrechtseigentümer drin waren und das führte dann auch dazu dass Sun im Jahr 2000 die Solaris 8 Sourcen veröffentlicht hat da konnte man eine Mail hinschicken und dann hat man irgendwie das zugemailt bekommen soweit ich mich erinnere auf jeden Fall man musste nichts unterschreiben das war nur zur Ansicht und das waren also auch nur 95% der Sourcen weil man hat nämlich alles das einfach gelöscht wo andere Eigentümer noch mit drin standen ich mache mal ein Beispiel das war also einerseits zum Beispiel der Mentat Netzwerk Code das ist zwar so dass Sun 1993 die Hauptentwickler von Mentat übernommen hat und die sind seitdem bei Sun beschäftigt worden aber sie haben die Firma nicht gekauft und damit hatten sie also nur die Nutzungsrechte aber nicht die Urheberrechte an den Netzwerkstack nun war es aber zum Glück so dass man sowieso einen neuen Netzwerkstack entwickeln musste damit man halt Gigabit und 10 Gigabit in ausreichender Geschwindigkeit schaffen konnte was auch gefehlt hat also der Netzwerkstack fehlte komplett und so lustige Sachen wie ls.c fehlten warum in ls.c waren drei Zeilen von Microsoft drin nämlich es gab drei besondere File-Typen auf Xenix und 1987 als Sun und AT&T diesen Vertrag zur Schaffung von System 5 Release 4 unterschrieben haben da waren also einige Firmen beunruhigt unter anderem auch Microsoft und die haben gesagt also passt mal auf wenn ihr die Xenix Spezialitäten auch übernehmt in System 5 Release 4 dann schmeißen wir unsere gesamte Betriebssystementwicklung weg und stellen auf System 5 Release 4 um ist irgendwie nicht passiert glaube ich ja als Ergebnis von dieser Solaris x86 Einstellung gab es übrigens wurde eine Gruppe gegründet die Secret 6 hieß die waren dann im März 2001 bei Sun hatten damals einen Laptop mit Solaris x86 und Staroffice drauf und haben dann eine Präsentation bei den Managern gemacht und das Lustige ist die Manager von Sun haben nicht mal gemerkt dass auf dem Laptop kein Microsoft drauf war trotzdem haben sie es geschafft dass also ab Herbst 2001 Solaris x86 weitergeführt wird trotzdem hat dieses halbe Jahr wo es das System nicht gab einen schweren Schlag Sun versetzt interessant ist dass es dann im Dezember 2003 eine riesige Solaris Entwicklerkonferenz in Berlin im ICC gab mit über 3000 Teilnehmern und das ICC weiß nicht wie es jetzt aussieht war damals das einzige Kongresszentrum der Welt wo 3000 Leute auf einen Schlag in einen Hörsaal reinpassen darum ist es also in Berlin stattgefunden worden und im Frühjahr 2004 hat Jonathan Swartz der war damals halt so ein Aufsteiger innerhalb von Sun hat veröffentlicht in der Presse verkündigt es wird Open Solaris geben interessant ist dann im Sommer haben die sich bei mir gemeldet sag mal wir machen im Herbst so ein Open Solaris Summit in Santa Clara wir laden dich ein und ich dachte die wollten jetzt schon sagen wir sind fertig und so das kommt eine große Pressekonferenz dann hieß es mach mal einen Vortrag und zwei Tage vor bevor ich dann da hingeflogen bin hieß es plötzlich hast du das nicht mitgekriegt das ist eine Sun-interne Veranstaltung wir wollen den Leuten erklären wie Open Source geht und wir haben ein paar Leute eingeladen wir haben dich eingeladen wir haben den wie heißt der Mensch der Chef von der Apache Foundation und den Menschen der bei Apple Mac OS X als U-Boot Projekt gestartet hat hatten sie eingeladen als Open Source Leute und da wurden also 400 Teilnehmern von Sun dann erklärt worauf man achten muss damit so ein Open Source Projekt in der Größe auch funktionieren kann es war eine interne Veranstaltung aber was tatsächlich passiert ist dass halt während dieser dieses Summits halt am 14. September erklärt worden ist dass es ein Pilotprogramm gibt für Solaris League 86 da war ich also auch einer der ersten die da NDA unterschrieben hat und ab dem Moment den aktuellen Zustand von Solaris von Open Solaris sehen konnte und auch mitgeholfen hat das dann zum Juni 2005 fertig zu stellen ja dann gab es eine Diskussion was für eine Lizenz zu nehmen ist da war es halt so dass von irgendwelchen Leuten die Idee kam wir nehmen die BSD und dann haben eine signifikante Menge von Leuten bei Sun also von Entwicklern gesagt wenn ihr BSD als Lizenz nehmt dann kündigen wir dann kam jemand auf die Idee können wir nicht die GPL nehmen und es wurde also schnell klar nach juristischer Prüfung das geht gar nicht weil es gab halt so viele Closed Source Anteile und du kannst halt GPL nicht halt mit Closed Source mischen und darum musste man also eine Lizenz nehmen die also so offen ist dass sie einerseits diese Mischung erlaubt andererseits aber ein bisschen mehr Sicherheit gibt als die BSD Lizenz und das ist eine modifizierte Mozilla Lizenz die ist im Wesentlichen sind die Änderungen dahingehend dass sie auch mit europäischem Recht vereinbar ist weil die Mozilla Lizenz übrigens auch Mozilla 2.0 die jetzt entstanden ist viel später ist immer noch nicht mit europäischem Recht kompatibel ja 2005 im Februar hat meine erste OpenSolars basierte Version von Betriebssystem schon gebootet natürlich noch auf dem Closed Source Anteil der für die Pilotteilnehmer verfügbar war aber dann fing also auch Sun an im Februar auch schon den D-Trace Quellcode unter CDDL zu veröffentlichen damit Leute mal sehen können ja wir meinen das ernst weil sie halt eigentlich dachten dass sie im Frühjahr 2005 schon fertig sind das hat sich aber viel länger hingezogen weil sie noch Rechte nachkaufen mussten und auch ihre Netzwerkstack Implementierung noch nicht ganz fertig war und dann hatten sie noch ein Problem dass sie den Boot ersetzen mussten der war nämlich auf Basis einer Intel Implementierung von OpenBoot eine Emulation von OpenBoot als 16-Bit-Programm und da haben sie ja auf Group umgestellt ja am 14. Juni ist OpenSolaris freigegeben drei Tage später gab es die erste OpenSolaris-Distribution die auf dem Code basiert ist Schillix die nächste OpenSolaris-Distro war Bellenix und dann ab 2005 Nexcenter das ist so eine Firma die da weiß keiner wer sie gehört in Amerika kann man Firmen gründen und die Eigentümer anonym halten und die machen ihr Geld im Augenblick damit dass sie File-Server verkaufen mit ZFS so jetzt müssten wir gerade noch so schaffen November 2004 habe ich dann so eine Diskussion angestoßen dass man wenn man OpenSolaris macht dass man halt auch so eine Art Verfassung braucht nach welchen Regeln Quellcode verwaltet wird da gab es am Anfang eine extreme Versuch von Sun-Mitarbeitern das zu verhindern im Januar 2005 kam plötzlich von Sun genau der Vorschlag und es wurde so ein OpenSolaris Governance Board gewählt und OpenSolaris.org war also bis zum 14. Juni so dass man halt ein Passwort braucht um drauf zu kommen und das ist dann halt ab dem 14. Juni freigeschaltet worden es gab ein öffentliches Bug-Tracking-System viele öffentliche Mailing-Listen und 99% der OpenSolaris Basis ist Open Source leider sind halt einige Sachen nicht Open Source geworden wie zum Beispiel so ein Programm wie PAX das ist von der Open Group da haben Firmen wie IBM und HP die ja behaupten sie seien so große Förderer von Open Source bei den Verhandlungen gesagt nee wir wollen nicht dass das Open Source wird weil das ist nämlich also PAX und ein paar andere Programme sind nämlich gemeinsamer gepflegter Code von Sun HP und IBM und natürlich sind auch einige Closed Source Anteile von Hardwareherstellern okay im Prinzip sollte alles Open Source werden sogar der Sun Pro Compiler sollte Open Source werden und das Lustige ist bis im Jahr 2008 hatten die tatsächlich den gesamten Code juristisch prüfen lassen und haben also auch schon beiseite gelegt den Teil der von AMD und Intel war und geheime Eigenschaften der CPUs für bessere Optimierung genutzt hat abgespalten so dass man eine vereinfachte Version von dem Compiler hätte bauen können aber der Schwarz hat verlangt dass bevor der Code in die Öffentlichkeit geht die Versionsverwaltung von SCCS auf Mercurial umgestellt werden muss und dazu hatten die Leute gerade zu dem Zeitpunkt keine Zeit und dadurch ist es jetzt ausgefallen ich denke mal es gäbe C lang wahrscheinlich nicht wenn das damals Open Source gemacht worden wäre ja dann kam der Absturz interessant ist 2009 haben viele Studenten obwohl Sun auch weiterhin sich nicht um die Studenten gekümmert hat plötzlich aus Eigeninteresse Open Solaris mal ausprobiert aber Jonathan Schwarz hat durch das Verkaufsmodell der Hardware Sun in arge Bedrängnis gebracht sie hätten irgendwie so 10% mehr Eigenkünfte gebraucht kein Problem also das Lustige ist halt als Oracle das nachher gekauft hat haben sie die Preise einfach so weit erhöht dass plötzlich die Haupteinnahmequelle von Oracle insgesamt der Sun Hardware verkauft war also die hätten auch selber nur ein bisschen an der Schraube drehen müssen und hätten es auch ohne Oracle geschafft aber das Problem ist halt Scott McNeely hatte die gesamte Verwaltung der Firma Sun an Schwarz abgegeben und der hatte Scott McNeely hat um die Zeit herum an der TU Berlin einen Vortrag gehalten und da kam er mir sehr krank vor also ich kannte ihn von früher persönlich und der war also jemand der immer wirklich vor Ideen und vor Angriffslust gespritzt hat und der wirkte als ob er hinter einem Vorhang stand also ich denke mal der wusste dass er irgendwie psychische Probleme hat oder vielleicht auch andere Probleme dass er es nicht schafft mehr die Firma so wie früher weiter zu bewirtschaften hatten Nachfolger ernannt und der war halt ein Griff ins Klo Schwarz wollte dann 2009 Sun an IBM verkaufen hätte das in die Tat umgesetzt worden dann würde es jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr geben weil IBM natürlich als erstes die Spark Prozessor Entwicklung eingestampft hätte und da hat dann McNeely nochmal interveniert und hat eigenständig mit Oracle verhandelt und hat dafür gesorgt dass Sun stattdessen an Oracle verkauft worden ist allerdings endete es dann damit dass am 18. August 2010 der letzte veröffentlichte Update an der Versionsverwaltung rauskam ja jetzt haben wir noch irgendwie zwei Minuten jetzt weiß ich nicht gibt es noch irgendwelche Fragen jetzt ist aber hier direkt danach ein anderer Vortrag das heißt also es sollten wenn dann kurze Fragen sein oder wir stellen uns nachher mal draußen hin und ihr könnt nachher Fragen wieder noch Interesse ist ok war das denn in etwa das was ja das war ja